Ein Experte hat erklärt, dass Prinz William angeblich in die Fußstöpfen von König Charles treten und auf eine rationalisierte Re-Monarchie hinarbeiten möchte. Die großen Pläne von Prinz William für die königliche Familie könnten auf ernsthaften Widerstand eines hochrangigen Mitglieds stoßen, da ein königlicher Kommentator glaubt, dass der Erbe die Arbeitsmonarchie verschlanken möchte, wie es sein Vater König Charles tut. Richard Eden von der Daily Mail sagte, er sei von Insiderquellen darüber informiert worden, dass William ein eher europäisches Monarchie-Modell anstrebe, ähnlich denen in Schweden oder Dänemark. Herr Eden zitierte eine Quelle, die behauptete, dass seine königliche Hoheit, wenn die älteren Mitglieder der Familie in den Ruhestand gehen, niemanden mehr einladen wird, arbeitende Royals zu werden. Er fügte hinzu, es bleibt abzuwarten, ob er überhaupt möchte. dass seine beiden jüngeren Kinder, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, arbeitende Royals werden. William, seine Frau Prinzessin Kate, Prinz Edward und Sophie, Herzogin von Edinburgh, sind derzeit die einzigen vier berufstätigen Royals unter 70 Jahren. Wenn William und Kate König und Königin werden, wird die Zahl der berufstätigen Royals wahrscheinlich noch weiter reduziert werden, und nur Prinz George scheint für königliche Pflichten garantiert zu sein. Der Insider stellte klar, das ist, was William will. Er sieht die kleinen europäischen Monarchien als Modell für die Zukunft. Williams Tante Prinzessin Anne ist jedoch mit dieser Idee vermutlich nicht glücklich, da sie zuvor die Idee einer abgespeckten Monarchie kritisierte. Während eines Interviews mit CBC schien sie zu hinterfragen, ob ein solches Modell angesichts des Ausscheidens von Prinz Harry und Prinz Andrew aus dem berufstätigen königlichen Leben praktikabel sei. Die Prinzessin Royals sagte ihrem Interviewer, Über König Charles fügte sie hinzu, Während der Regentschaft von Königin Elisabeth war der Balkon des Buckingham Palace bei Veranstaltungen wie Trooping de Cala mit nicht arbeitenden Royals und ihren Familien gefüllt. Aber jetzt hat König Charles die Zahl der Royals auf dem Balkon drastisch reduziert, da selbst seine Nichten Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenia oft nicht mehr anwesend sind. Die königliche Kommentatorin Jenny Bond zeigte ihre Unterstützung für die Pläne des Königs, als sie dem OK-Magazin sagte, Ich halte immer noch an der Idee fest, dass die abgespeckte königliche Familie tatsächlich das richtige Modell für die Zukunft ist. Sie steht im Einklang mit den meisten europäischen Monarchien und ist sensibel gegenüber der ständigen Kritik, dass die königliche Familie die Steuerzahler zu viel kostet. Die Einstellung neuer arbeitender Royals auf die Gehaltsliste wird diese Kritik nur noch verschärfen. Ich denke, das Modell, mit dem William experimentiert hat, ist die Antwort, er holt seine Cousins hier und da, z. b. bei Gartenpartys, hinzu, um die Dinge ein wenig aufzupippen. Dadurch werden solche Anlässen noch spezieller und diese Cousins können ihr Leben so weiterführen, wie sie es möchten, ohne die Zwänge des königlichen Terminkalenders. bete die Unit antimvik unas. ... ... ....